Dieses Wochenende gibt's großes Kino! Denn wir zeigen euch die besten Filme! Yeah! Let's go, Baby! Die euch umhauen werden! Genießt großartige Filme mit euren Lieblings-Nickelodeon-Stars! Lügen haben spitze Zähne! Lufus 1 und 2! Und viele andere! Besorgt euch Popcorn und macht euch bereit für das Nickelodeon-Film-Wochenende! Dieses Wochenende um 13 Uhr bei Nickelodeon! Bis zum nächsten Mal!